Bestimmt gewinnen die Weihnachtsengel. Nein, bestimmt die Wichtel. Mal schauen. Ach, hallo, da seid ihr ja. Die Weihnachtsengel treten heute in einem Wettkampf gegen die Weihnachtswichtel an. Wollt ihr wissen, wer gewinnt? Dann bleibt dran. Aber Mama, wie schafft der Weihnachtsmann das alles? Na, der hat ganz viele Helfer. Ja, die Weihnachtsengelchen. Hä? Ich dachte, die Wichtel helfen ihm. Alle zusammen helfen ihm. Aber die Engelchen machen mehr und sind toller. Ich finde die Wichtel besser. Wer weiß, vielleicht machen die ja auch einen Wettkampf, um herauszufinden, wer besser ist. Aber doch nicht Sackhüpfen, so wie der Nikolas und Weihnachtsmann. Oder? Nein, ich glaube nicht. So, ihr fleißigen Keksbäcker. Jetzt habt ihr euch aber eine Pause verdient. Geht raus und spielt ein bisschen. Ja! Auch ihr fleißigen Helfer habt euch jetzt ein Päuschen verdient. Los, ab nach draußen und habt viel Spaß. Ja! Wollen wir einen Schneemann bauen? Ah ja, los, kommt. Dürfen wir mitbauen? Nein, wir wollen ihn alleine bauen. Baut doch euren eigenen. Baut doch euren eigenen. Puh, na gut. Wir Engeln bauen sowieso schönere Schneemänner als ihr Wichtel. Überhaupt gar nicht. Wir bauen schönere. Und wir bauen die auch schneller. Wetten nicht? Wetten doch? Na schön, dann lass uns jetzt Schneemann-Wettbauen machen. Bereit? Auf die Plätze. Fertig. Und los! Wir haben schon den Unterkörper fertig. Na und? Wir haben sowas an den Kopf. Oh nein, los, beeilt euch! Ich laufe schon mal los und hole Zeugstöcke für die Arme. Hier habe ich welche. Wir brauchen noch eine Karotte als Narbe. Wir holen sie. Entschuldigung, darf ich mal? Hier, ich habe eine. Uns fehlt noch ein Hut. Wo kriegen wir denn einen Hut her? Schau mal in der Verkleidungskiste vom Weihnachtsmann. Beim Zaubererkostel muss doch irgendwo ein Zylinder sein. Bin gleich wieder da. Den Zylinder haben wir schon. Och, Menno! Halt, ich weiß was, bin gleich wieder da. Fertig. Fertig! Na sagt mal, ihr könnt mir doch nicht einfach die Mütze klauen. Also so etwas, die werden von Jahr zu Jahr frecher. Wir sind gleichzeitig fertig geworden. Aber euer Schneemann ist auch viel kleiner als unserer. Dafür hat unser Schneemann wenigstens einen Hut. Euer nicht. Also steht es unentschieden. Welche Disziplin machen sie denn als nächstes? Äh, Geschenke weit wirft. In Ordnung. Also hier ist die Linie. Wer weiter wirft, hat gewonnen. Das ist doch ein Klacks für uns. Na, wartet mal ab. Darf ich zuerst? Ja, fangt ihr an. Ihr nehmt die blauen Geschenke und die Engelchen nehmen die gelben. Und hopp! Na, das kann ich besser. Nee, nee, das können wir besser. Ja, der war richtig gut. Na warte, einen Wurf haben wir ja noch. Oh, schade. Oh, Geschenke weit Wurf. Darf ich auch mal? Da war ich immer sehr gut drin. Aber natürlich, hier hast du eins. Hauwokk! Oh, na, das war wohl nichts. Ja, ja. Da warst du immer sehr gut darin. Vielleicht vor langer, langer Zeit mal. Hey, das war ja auch unfair. Das war ja schon eingepackt. Hier ein Laptop. Na, hoffentlich ist der jetzt nicht kaputt gegangen. Also steht es 1 zu 0 für die Wichtel. Ja, aber der Wettkampf ist doch noch nicht zu Ende. Jetzt kommt Musizieren dran. Bitte leise jetzt. Die Engelchen spielen uns jetzt ein kurzes Lied vor. Mist, das war wirklich gut. Wer kann eigentlich von euch ein Instrument spielen? Ich nicht. Sieht auch nicht. Ich kann Blockflöte. Ein bisschen. Okay, dann spielst du. Bereit? Jetzt spielen die Wichtel. Oh, pardon. Ein Wichtel, ein kurzes Lied vor. Wer macht denn hier so einen Krach? Der Kater kam mir ganz ansetzt entgegengelaufen. Das waren wir. Aha, und warum? Damit steht es 1 zu 1. Los, unentschieden. Weiter. Was kommt als nächstes? Schneebeinschlacht. Nein, das ist unfair. Wieso ist das unfair? Na, weil ihr fliegen könnt und die Wichtel nicht. Ganz genau. Oh, schade. Ich wollte noch um die Wette fliegen vorschlagen. Wie wäre es mit Kekswettessen? Oh ja. Also jeder hat ein Blattblech voll mit Kekse. Wer als erster alle aufgegessen hat, hat gewonnen. Los geht's. Das habe ich doch locker. Es deckt mir gleich zwei gleichzeitig in den Mund. Um Himmels Willen, was macht ihr denn da? Na, Plätzchen will essen. Darin entscheidet sich, ob die Wichtel oder die Engelchen gewinnen. Ach so. Und wie viele muss jeder essen? Na, das ganze Backblech voll. Und wer schneller fertig ist, hat gewonnen. Wer schneller fertig ist, hat gewonnen? Nein, ich würde sagen, es hat der gewonnen, der anschließend kein Bauchweh hat. Na kommt, jeder noch einen Keks und dann ist Schluss. Aber Mama. Ach gut. Also unentschieden. Ach hallo, da seid ihr ja noch. Jetzt hoffen wir natürlich, euch hat unser Video gefallen. Dann zeigt das doch bitte mit einem Daumen nach oben. Ihr wisst, dann freuen wir uns. Und vergesst auch nicht, unseren Kanal kostenlos zu abonnieren. Denn wir haben die schönen Geschichten für große und kleine. Hier könnt ihr gleich noch weiter gucken. Dazu haben wir euch ein paar schöne Geschichten hier verlinkt. Also, bis dann. Bis dann.